hallo 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 genau so startet man in das spiel hinein so ich habe jetzt die neue ops version das muss ich jetzt mal prüfen wie gut die funktioniert und ja mal kicken oh Ich glaube, ich bombe mir jetzt noch einen Magnet. Obwohl. Storage. Es gab doch hier den Storage-Scanner. Brauche ich zwei für okay. So, aber ich habe ein bisschen was vorbereitet, wir können das hier jetzt einfach mal starten. So. 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 dann holen wir uns jetzt ein bisschen Ressourcen für Dirt. So. 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 Das war's für heute. okay flair 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Dankeschön, Weed Kay. Das war's für heute. Okay. So. Moin. Was geht? Ich hab grad gegessen. Und hab jetzt mit all the mods, äh, also den Stream gestartet. Und ja, heute ist, äh, mal ein bisschen Automatisation dran. Und zwar will ich netherrack und deepslate irgendwann noch mit integrieren, aber am Anfang ist jetzt erstmal nur dran, äh, Stein zu verarbeiten. Dass man mit nem Koppelgenerator alle Ressourcen bekommt. So. Also, ich glaub hier unten, baue ich Magma-Generator hin. Also, das Setup hier, baue ich dann da unten hin. Dankeschön. Äh, dir auch viel Spaß bei deiner Mission, äh, Essen zu bekommen. Was hast du denn, äh, zu essen geplant? Oder hast du bestellt? Und... ... ... ... ... ... 10. 11. 12. 12. Oh, klappend. Der Zuschauer, nein, leider noch gar nichts. Gerade erst angefangen. Das hört sich mega an. Ich baue aktuell nur schön. Ich habe noch etwas anderes festgestellt. Wenn du eine Frostmelone platzierst, dann steht da oben drauf Schnee drauf. Mende, oh yeah. Ja, sauber. Oh, falls regnet, ist es weg. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh. 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 So. Output 10% Ah, 10% Okay Ich glaube, dass mit dem Flux bekommst du hin, indem du einen Fluxblock setzt. Ne, hier Crying Obsidian Würde ich jetzt sagen Weil ich weiß nicht, wie man Ob man Bedrock bekommen kann Obwohl es gibt ein Alchemie Array Wodurch man Bedrock bekommen könnte Und all Symbolis Wie bekommst du das? Okay Das war es nicht Ich 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Ach du Kacke. Aber an sich cool gelöst. Aber auch... Also du könntest eine Block-Conversion machen mit einer Draconic. Äh, ja. Holy shit. Das ist ja nochmal ein paar Level extra schwer geworden. Was an sich aber geil ist, oder? Weil das ist jetzt nicht wie das Alte, sondern... ...bitten was Neues. Das war's für heute. Na ja, das kriegst du ja relativ easy hin, oder? Witchwater. Oh, ja. So, hier war doch irgendwo... Power. Ah, guck mal. Diese ganzen Quests musst du erledigen, damit du... Oh, interessant. Wie stelle ich für Branium hier? Oh, guck dir das an. Holy... Ja, und am Ende kannst du dann echt nur den... Machst du das hier dreimal und dann holst du dir den Mining Drill und setzt das um. Würde ich jetzt sagen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und das hier kriegt man wie... Und das hier kriegt man wie an Obtanium... Ah, Draconic Steel... Und dann kannst du es einfach braten. In einem Induction Smelter. Okay, das geht ja sogar noch. Oh. Das ist sicher. So. Unic하셨�terid Achja, ich habe noch was für dich. Und zwar habe ich herausgefunden, was du machen musst, damit du das Force Loading aktivierst. Und zwar musst du auf die Karte gehen mit M und hier unten gibt es ein Zahnrad als Administrator und da kannst du hier auf Force Loading Mode, der steht auf Devolt und das ist halt das mit At Least One Player with FTB Rank, muss online sein. Das musst du einfach nur auf Always stellen und schon funktioniert das Shunk Loading, auch wenn du nicht da bist, falls du das auch auf dem Server drauf hast. Das haben sie wohl mit einem Update weggemacht, damit du nicht mehr an die Config Dateien rangehen muss. Er hat dazu gepackt und weggemacht. Ah, fast. Ah, okay. So. Copy Stone Generator. Dann will ich hier den Den stellen. So. Wie sah das denn aus? Die Automatisierung. Das ist hier getting started. Äh. Okay, kann es sein, dass du das Biom dafür finden musst? Oh. Ah, okay. Ah. 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 Vielen Dank. Okay. Okay, wie hast du das gemacht? Ah, okay. Ah. Ah. Okay, suchen wir uns mal ein Sieb. Ah. 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 Okay, das ist entspannt. Das ist gut. Ah. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, Dankeschön. Das war's für heute. Ah, okay. Aber dann kann ich das so machen. Warte, ich hole mir noch ein weiter drüber. Nur den Output, okay. Testen wir das jetzt einfach mal. Oh, okay. 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 Dann muss da wahrscheinlich wirklich eine komplette Truhe stehen. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Super. Super. Oh, okay. 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 Ja, das passt. Danke für den Follower, Atax. Und 160 voll. So, Ex Nihilo. Okay. So, Ex Nihilo. So, Ex Nihilo. Hast du eigentlich rausgefunden, ob es so einen Heavy Hammer gibt, dass du Compress-Sachen durchsieben kannst oder sowas? Das könnte ich einmal... Okay. Okay. Ja. Okay. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Oh! 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 brauche magneten äh äh controls age ha super äh 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 also zwei für cobblestone und drei für netherrack, deepslate und blackrock ok oh So. Okay, dann holen wir uns noch. Ja. Damit wir Uran bekommen. Was gibt denn Blackstone? Genau, Blackstone habe ich auch schon vorbereitet. Ich habe das hier erstmal pausiert. Aber Blue Eyes für den hier. Und dann kriege ich ja Blackstone. Und du hast das über den hier gemacht. Wie schnell ist der Extractor? Schöpfer! 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 ja schnee bälle aber 12345 oh gott da brauche ich ja noch mehr ja 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 stelle muss ich mir auf jeden Fall auch noch angucken Okay. Okay. Schuss Oh. 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 So. 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 . So. 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 Ja das ist richtig gut. Das funktioniert auch in den Höhlen und so weiter. Äh. Ich glaube Ambience Sound. Nee Dann keine Ahnung Das könnte auch sein Ja Aber wenn du dann erstmal Einen Reaktor stehen hast, der läuft Dann laufen die eigentlich Relativ gut Dann laufen die eigentliche Ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, nice. Oh, God. Oh, God. Warum? Warum die Ultimate-Kabeln? Oh, God. In welche Richtung denn? Also, wo komme ich denn da ans Limit? Oder meinst du Stromtechnik? Oh. 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 Das war's für heute. 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 Hmm. 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 Ja, ich auch. Ich weiß doch nicht. Ich weiß doch nicht. Ich weiß doch nicht. Ich weiß doch nicht. Und ja, mit dem Mojang Update, da bin ich auch gespannt, wie das läuft. Oh. Also den hier. Okay, krass. Oh Gott. Das wird ja ein wenig Hardcore. Okay. 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 das weiß ich nicht das kann ich dir nicht sagen ja sorry dafür oh verdammt ja 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 Oh Gott, wie nervig. Okay, das ist ein Level für mich auf Frustrationsebene, wo ich dann keinen Bock mehr gehabt hätte. Okay, das ist ein Level für mich. Okay, das ist ein Level für mich. Das ist ein Level für mich. Das ist ein Level für mich. Okay, das ist ein Level für mich. Okay, das ist ein Level für mich. Okay, das ist ein Level für mich. Okay. Okay, das ist ein Level für mich. Okay. Okay, das ist ein Level für mich. Okay. Okay, das ist ein Level für mich. Okay, das ist ein Level für mich. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Ja, deswegen habe ich auch meinen privaten Server hier Ja, genau deswegen auch, weil ich eigentlich mehr Äh, spielen will Als, äh, zu farmen und zu grinden So, und es lohnt sich schon zu versuchen, das String mehr hochzubringen, oder? Aber die macht doch alles das gleiche Was genau meinst du damit? Das, äh, verstehe ich gerade nicht So, wie ist das? Und jetzt geht's. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, nur ein bisschen besser Nehmen wir mal Iron, 12 Und mit Diamond Wird es dann 18 Und mit Netherite Mesh Dann 20 Wenn wir jetzt einfach Crush Deep Slate nehmen Der einzige Unterschied ist zum Beispiel Wenn wir jetzt Deep Slate nehmen Es werden Unterschiedliche Sachen dann noch dazu gebracht Wie zum Beispiel mit Gold bekommst du noch Raw Gold dazu Also das ist der große Unterschied dann bei denen noch Ja Ja, macht ja jetzt nicht so den großen Unterschied, oder? Das ist der große Unterschied, oder? Ja Untertitelung. BR 2018 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 So, ich glaube ich mache jetzt hier ein bisschen wie da oben, nur ein bisschen anders. Oh. Oh. Gott sei Dank. Oh. 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 Das war's für heute. 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 So... Oh... 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ah! Oh, okay, ähm, dann wünsche ich dir einen schönen Abend noch, gute Nacht und dann bis morgen und fahr vorsichtig und ja, danke fürs Dabeisein. Oh, okay. 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 Unser Inventar ist voll gelaufen. Okay. Ah, ah, ah. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, dann können wir die ja jetzt wieder aktivieren. Das war's für heute. Gut, gut, gut. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Functionless Storage Oh Functionless 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 So. Vielen Dank. Vielen Dank. Was ist Kondenser 2? Okay, den machen wir erstmal nicht. Okay. 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 Nice. Komplett gefüllt. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Äh, Buckets? So, I'll see you next time. und Ach, ich wollte Lava holen. Wir haben die Zitzen, die Zitzen und die Zitzen kommen. Das ist die Zitzen der Zitzen des Zitzen. Ich habe die Zitzen des Zitzen. Wir machen die Zitzen des Zitzen. So, hey, come. So, dann haben wir das fertig. Können wir hier noch einen Koppel gerne hinhauen. Für EMC. So, äh, so. So, und dann, äh, again. Oh. So, und dann, äh, again. Okay, ich hab ein bisschen Stuff mitgenommen. So, und dann, äh, again. Äh, external storage. Machen wir mal 10. So, und dann, äh, again. So, und dann, äh, again. So, und dann, äh, again. Äh, was wollte ich jetzt machen? So, und dann, äh, again. Okay. Enderpearl, Slime, kann ich noch was? Bauen könnte interessant sein, Leather, also was können wir denn noch gebrauchen? Normaler Stone, Dark Oak, Terra und Clay. Ich habe 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, noch 2. Oh, noch 4. Oh. 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 Was könnte ich denn noch gebrauchen? Wolle. Obwohl ich brauche noch ein. Okay. Okay. So, und damit sollten wir jetzt eigentlich alle haben. 4, 5. 5, 6. 5, 6. 5, 6. 5, 6. 5, 6. 6. Uh, Energy Collector. Oh, und schon hören wir auf. Wie funktioniert das? Oh, und schon hören wir auf. Okay, das ist alles. Das ist nicht so, wie ich das machen wollte. Das ist nicht so, wie ich das mache. Das ist nicht so, wie ich das mache. Okay... Das ist nicht so, wie ich das mache. Das ist nicht so, wie ich das mache. Das ist nicht so, wie ich das mache. Okay... Irgendwo war doch hier Project E. Oh. Okay... 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 So... Let's see... Okay... I think... є... Okay... 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 We say... Obwohl wir machen hier einfach Oder? Nee, wir machen es anders. Okay, 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 wir machen es anders. Was fehlt noch? Oh, ich könnte noch Glas nehmen. Zehn. Was fehlt denn jetzt noch? Einfach nur String. Ah, ich habe noch einen normalen Stone drin. Okay. 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 Das habe ich schon gesagt. Ah. 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 Das war's für heute. Damit haben wir jetzt alles. Und wir brauchen ein Dirt. X Äh, Crafter. Und Speed 3. Drei. 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 Okay, so, was? Okay, so, what do you think I'm going to die? Okay. So, Project E. 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 Okay, dann hole ich mir davon noch mehr. So, Project E. So, Project E. So, Project E. Okay, nice. Okay, nice. So, Project E. 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 So, Project E.